Darf ich vorstellen? Das ist Wicco. Servus miteinander. Das ist der Schalter für den Seitenständer, dass der Motor ausgeht. Das ist TÜV-konform oder nicht TÜV-konform derzeit und da fehlt uns der Beutzen. Heute hat unser netter Suzuki-Händler das hier. Und zwar für die neue Bremsbacke, vollständig zusammengebaut. Also wir haben hier unsere Bremsklötze und auch neue Schrauben. Es ist heiß drauf. Wir werden hier mit der Wicco einen schönen Sturzschlag verpassen können. Also Leute, die schweißen können, bitte seid mir nicht sauer. Ich bin der Profi. Ich mach das immer nur zum Spaß. Und jetzt? Eigentlich müsstest du sie jetzt wieder wegschweißen, weil sie ist kaputt. Ja, ich weiß. Aber jetzt musst du das Wälder zuschneiden. Ihr merkt, wo wir hinwollen? Ich hab immer gehört, dass Leute das alleine festmachen. Nein, wir machen das immer zu zweit. Weißt du, weil mit vier Händen kann man das viel besser machen. Das hab ich auch viel umständlicher manchmal. Das darf ich dann vor allem, das wird dann immer richtig lustiger für euch. Nimmst du blutiger heute. Normal hält das, oder? Wenn ihr von Asch kauft, hier ist der Platz. Hier haben wir ein bisschen Plastik im Augenblick. Motoröl bei der Kriegslauermaschine ablassen, damit sich die Metalltriebsreiche noch in der Schwebe befinden. Mit dem Torrad auf Seitenständer stellen. Habe ich. 650er. Motorrad eben und senklich bestellen, damit das Öl vollständig abläuft. Habe ich. Was haben wir denn in den 650? Wir haben die 650er. Da muss die gerade stehen. Da muss die gerade stehen. Alles klar. Alles klar, perfekt. Geheimnis des Auffanggefäßes zählt rein in der Fassungsvermögen. Auch klar. Ah ja. Finger nicht am Heizungsöl verbrübeln. Öl läuft erst im Schuss. Nach einer der Zeit nur noch zöpfchenweise durch. Der letzte Tropfen in den Wegen des Auffanggefäßes gefunden. So. Schraubmaschine. Halt mal schnell fest. So. Jetzt musst du aufmachen. Jetzt lässt du nichts laufen. Achso. Warte. 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 Lass mal so ein bisschen schicken. Warte. Wir nehmen ja alles auf. Wir nehmen ja alles auf. Jo. Hey Wacken in der Luft. Schmeißen wir sie an oder? Na ja. Da ist so ein Zentimeter. Ist ja noch viel. Schmeiß mal an. An der Seite. Wenn du reinguckst. Das macht wirklich. Oh, da ist ja mal Platz drin. Ja, das ist kuschelig im Schnau. Bist du nicht vorher, bevor du ihn draufdödelst, vielleicht noch... Was? Eine Schelle. Ja, kriegst du gleich. Ich krieg gleich eine Schelle, Mann! Ja, das ist kuschelig im Schnau.